Am Samstagabend gegen 20 Uhr ist es auf der K130 zwischen Niederleuken und Eil zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Ehepaar aus den Niederlanden verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 21-jähriger Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Fahrzeug des niederländischen Ehepaars. Die 84-jährige Frau und ihr 85-jähriger Ehemann wurden hierbei teils schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber RSQ-3 aus Luxemburg in ein Krankenhaus nach Trier gebracht werden. Der 21-jährige Fahrer aus der Verwandtsgemeinde Saarburg blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Kreisstraße wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Saarburg, das DRK aus Konz und Saarburg sowie die Feuerwehren aus Saarburg, Beurig und Eil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017